Nach dem dramatischen Spiel gegen Energie Cottbus steht dem SC Freiburg ein schwerer Gegner in der Bundesliga bevor Eintracht Frankfurt. Die Adler-Träger werden eine weitere Niederlage verhindern wollen, wodurch Christian Streichs Elf eine besonders energiereiche Leistung aufbringen muss. Die Freiburger werden wahrscheinlich auf dieselbe Taktik wie im DFB-Pokal setzen und erneut eine 4-3-1-2-Formation verwenden. Der 26-jährige Torwart der Freiburger startete bereits im engen Pokalspiel gegen Energie Cottbus am vergangenen Montag. Schwolo spielte zwar eine durchwachsene Partie, jedoch hatte der 1,89 Meter große Deutsche in der vergangenen Bundesliga-Saison 33 Spiele bestritten. Einen Startplatz wird Schwolo alleine deswegen wahrscheinlich sicher haben. Im Pokal spielte der 25-jährige Linksfuß eine ordentliche Partie und empfahl sich somit für die Startelf der Breisgauer. Christian Streich setzte bereits in der letzten Saison in allen Spielen auf das Eigengewächs, das durchgehend zufriedenstallende Leistungen zeigte. Zudem hat Freiburg auf dieser Position wenig Alternativen, wodurch Günther einen Startplatz beinahe schon sicher hat. Der ehemalige Kölner Dominik Heinz kam als Hoffnungsträger für die Freiburger Defensive von den Geisböcken. Trotz der zwei kassierten Tore im vergangenen DFB-Pokalspiel zeigte Heinz eine klasse Partie und spielte dabei 113 Pässe. Auch den entscheidenden Elfmeter konnte der 25-Jährige verwandeln und wird somit wahrscheinlich auch gegen die Eintracht auflaufen. Der Abwehrpartner von Dominik Heinz wird wahrscheinlich der 27-Jährige Manuel Gulde sein. Auch er zeigte gegen Energie Cottbus trotz zwei Gegentreffern eine gute Partie und viel Elan. Um die bissigen Frankfurter zu stoppen, benötigt es einen Wie Gulde, der mit viel Einsatz in die Tacklings geht. Auf der rechten Seite der Abwehr wird der 22-Jährige für Stabilität sorgen. Im Pokal machte der junge Außenverteidiger eine ordentliche Partie und in der vergangenen Saison ließ ihn Christian Streich 21-mal in der Startelf auflaufen. Der Rechtsfuß konnte dabei meistens überzeugen und wird deshalb auch beim Auftakt gegen Frankfurt starten. Der 28-Jährige Rechtsfuß wird im Mittelfeld der Abwehr den Rücken stärken müssen. Höfler konnte sich durch eine gute Partie im Pokal und mit einer Passquote von 94% für die Startelf empfehlen. Zudem brachte er jeden seiner langen Pässe an den Mann, was den Freiburgern helfen könnte, die Eintracht zu überlisten. Der Kapitän der Freiburger schoss im verrückten Pokalspiel bereits ein Tor und konnte auch sonst eine vielversprechende Leistung zeigen. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn der 31-Jährige erneut für die Breisgauer starten wird. Auch seinen Elfmeter verwandelte der Mittelfeldspieler souverän. Neuzugang Luca Waldschmidt aus Hamburg machte im Pokal auf einer ungewohnten Position ein ordentliches Spiel. Der Lockenkopf soll allerdings aus dem zentralen Mittelfeld mehr auf die Außenbahn ausweichen, um seinen Ex-Arbeitgeber mit seiner Geschwindigkeit zu ärgern. Zudem ist der 22-Jährige Linksfuß immer für ein überraschendes Torgut. Ex-Bremer Jerome Gondorf sorgte gegen Energie Cottbus immer wieder für gefährliche Aktionen. Insgesamt konnte der 30-Jährige im DFB-Pokal alleine zwei Großchancen herausspielen und die beiden Stürmer gut in Szene setzen. Gegen die Hessen werden die Breisgauer einen kreativen Zehner wie Gondorf brauchen, um die harte Abwehr der Frankfurter zu knacken. Der letztjährige Top-Torjäger und Nationalspieler der Freiburger wird auch versuchen, gegen die Eintracht auf Torjagd zu gehen. Gegen Cottbus knipste Petersen und war im Strafraum generell gefährlich. Es besteht kein Zweifel, dass der 29-Jährige Stürmer auch gegen die Adler-Träger startet. Nach seiner Einwechslung im DFB-Pokal belebte der 24-Jährige die Offensive und konnte einen Elfmeter rausholen. Diesen verwandelte Petersen nach Abpraller per Flugkopfball. Zwar zeigte Höhler keine große Auffälligkeit in der Partie, jedoch spielte er besser als Teamkollege Florian Niederlechner. Punkt. Dadurch könnte Streich ihn für die Startelf nominieren. Punkt. Dadurch könnte Streich ihn für die Startelf nominieren. Punkt. Ladurch mit Streich ihn für die Startelf.